So was gibt was für Entwendung? Wo sind denn die Jungs hier? Da unten ist auch... Ah, ich hab hier... Bist du unten? Wurde ja nicht wo ich bin. Oho... Zwo noch... Fetti hier... Speckkundelkommespanzer... Alter... Also richtig fetziger Loot ist ja noch nicht so gut da gewesen. Hier hat ziemlich viel Scheiße mit bei jedenfalls. Also eigentlich gibt's hier nur diesen Krempel, ne? So, betäubt. Nein, nein. Echt jetzt? Wieso fliegst du denn schon wieder raus? Du fliegst jetzt nicht raus, oder? Ich weiß nicht. Doch. Ich hab rausgeklopft. Hmmm... Versteh das nicht. Ja, ich versteh's auch nicht. Hm. Was ist bei mir auf dem Rechner? Mit irgendwem Wenden? Und den auch noch überhitzt mit ihrem voluminösen Körper. Oh man, dauert das. Was? Echt jetzt? Ja, wir haben offensichtlich die Schuhe. Okay, die eine Queers kann ich hier abschließen. Wieso? Wieso? Ja, weil ich jetzt hier, äh, die letzte befreit habe. Und dann kann man sie automatisch abgeben. Die bekommt so und so viele Knallern. Ja, das klappt. Ich bin wieder drin, ne? Püppi. Piste. Ich pisse nirgendwo hin. Wo bist? Ja, in der Höhle. Gut. Jo. Das regnet? Das regnet hier ja. Irgendwo hier müssen wir so einen Transponder aufladen. Haben wir den mitbekommen? Hm. Das regnet? Irgendwie werden mir jetzt keine Kräste angezeigt. Doch mir wird genau hier, Transponder aufgeladen, 0 von 1. Pilzableiter. Guck mal, hier ist schon irgend so ein Bergbau vorkommen. Ist auch noch eine Höhle, guck mal. Hier vielleicht. Sieht so aus. Stumm, Stumm, Grotte. Dann sind wir hier nicht rausgekommen? Ja. Ähm. Hier sehe ich Blitze. Habe ich irgendwie gesehen. Muss ich eigentlich das jetzt? Ich kann mir vorstellen, wir haben irgendwas bekommen und müssen das hier benutzen. Ich guck mal eben. Was ist das? Können Sie das Erinnerungsstück? Erinnerungsstück. Also, ich hab nichts. Ich scheine auch nichts zu haben. Und ob wir nicht die Quest lesen? Ehe he 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 he. Dasselbe niemand, äh, erbarmt sich und tut dies. Ach so. Ich kann das natürlich auch machen. Also das ist kein Problem. Gleich da oben am Himmel findet ihr den Burg der Himmelsfeuer. Und das riesige Nestströmdracht. Also da waren wir doch oben. Äh... Irgendwas mit den heranwachsenden Sturmdrachen müssen wir das machen. So wird mir das so angezeigt. Ich glaube man muss die irgendwie umknattern und dann äh... Lettet irgendwas automatisch auf sein. Das kann sein. Na guck mal das ist der Balken unten, der blaue. Ja, so wird das aufgeladen. Da muss man die ja doch kloppen. Hm. Woanders. Hier bin ich. Ich bin eine Freundin. Die kleine Dinge sind ja nix noch. Hey kommen! Ja. Ich werde das hier mal ein bisschen dicken machen hier. Die bringen wohl auch nicht ein bisschen mehr. Dann kommen wir zu dem heran da echt jetzt. Hm. Betroppt er mich? Dann hol ich den. Ich dann hol ihn mal. Ist nicht anders verdient der Lumpen. Hm. Was hast du davon? auch hier ist ja ich hab ja auch ein ich passte und besten dank ich hab ihn kaputtet den kommunizieren wir aus gut was nur weggeflogen zack 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 und weggeflogen hast du gesehen mit welcher brutalität ich das gemacht hab ähm yes was soll denn da wenn ihr in diese Dinger reingeht dann lädt sich das auf das hat mir schon zum pieten Mario aus kann man die irgendwie hier runter holen ah! Klebe geworfen und sie kommen runter siehste dann kann sie auch runter holen die kleinen Schlewuzkis wie ist das in der luft? aber ich habe das gefühl jetzt wird er grad nicht weiter geladen doch du musst nur da drauf hoch springen weil das irgendwie in der luft war ich hab's fertig ja ich nicht ich hab's nicht sagt der noob noob zu mir ja da lach ich ahahahahaha ja ey der ist irgendwie verpackt da steht mal an kommen und so das ist ja doch so das ist ja tot wo denn was ist da ja das ist es da musst du rein ihr auch in diese dann lädt sich das auf ja guck mal so viel Burst hier die Infos bekämpfen hier na da geh ich noch in so'n scheiß rein ja boop viel viel brauchst ne äh 59% 59% echt jetzt? ne ich weiß nicht wird grad nicht angezeigt hier äh 86 von 100 90 von 100 da ist noch einer hallo ja hallo rein die gewollte es dir jetzt klauen ich meine diese fette hässliche Bär da äh dieses Stück äh Leberwurst mhm da kann ich nur um Lachen sein weißt du was ist was ist da? ein Lot jetzt kommt er mit was ist da 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 rein mit dir ach ist plötzlich fertig ach so ok ok verwendet den Rotor der Himmelsfeuer um ein Notsignal zu senden und haltet dann aus bis äh in der Höhe gekommen eintritt ich sollte mal weg hier mhm so du hast wieder Argo ne hier hier ich ich denke nicht das muss hier irgendwie sein hier und dann hier irgendwie so rum das könnte auch sein dass wir falsch einfach hochlaufen jetzt aber hier kommt jetzt einer entgegen das könnte also stimmen sieht schwer danach aus guck wie ich den Weg mit Leichtigkeit gefunden habe ja jetzt müssen wir wieder hoch umgehen wie hast du gesehen du hast das Ding da aufgerücken ja weil da oben so eine Art Spule ist oder so roto der Himmelsfeuer wo heißt das Ding auch aufgerücken roto der Himmelsfeuer da oben mhm nie so mhm also muss man da irgendwie hochkommen jetzt mhm mhm ja 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 da ist was oh Gott Gott die weißne Tauben sind müde ähm ich glaube ja dann guck wo richtig ist ja ich meine Karte ist Dings doch verdeckt hm kann man hier rein hm 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 ich ich glaube der Weg ist äh viel weiter als angenommen und du meinst die Richtung was ist da denn ja wie wärs wenn wir hier hochgehen würd ich wollte ich ja grad sagen lass mal da hochgehen ich hab ja auf die Karte geguckt guck mal wie du einfach abrutschst ja 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 da gibt's ja außerhalb gibt's ja auch noch Wege ich weiß nicht wie man auf den Fick hochkommt ja wir werden ihn als große Antenne verwenden hm 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 Mhm hm 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 hier ich gehe doch lieber ins Lager ja unser Lager da vorne ist man erholt wenn man sich in diese kleine Hütte stellt? denn manchmal gibt es ja sowas ja aber hier eher nicht ja, endlich den Weg gefunden ja, glaube ich da ist noch ein Arm auf ja, aber unten oh, ne, das das blöde ist, ich denke jetzt natürlich, wenn wir jetzt irgendwie wir könnten natürlich runter, aber dann kommen wir vielleicht nicht mehr so gut hoch ja, ich glaube, da ist ein Weg ja, hier ist ein Weg ja, gehen wir mal runter ja, das Wetter sieht cool aus Sturmheim erinnert mich an so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Sturmwind und Tiefenheim oh, ne, ich gehe weiter runter da 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 und sie okay so zu so waren wir auch noch können ich habe auch gewollt ja hatte ich, wie gesagt, hatte ich auch, aber das Vieh hat nichts gemacht, okay, ja gut, da ist jetzt mal wirklich ein Tier, aber Slash Oh, hey, jetzt ist das Vieh schon wieder hier Hehehe, war zu groß, da ist immer aus DUUUUUUUUUUUUUUUUUUGH Oh, da hat mich jetzt betäuchtet Wooh! Das ist hier, ja. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Wir haben bedenkt, dass wir, äh, letztens schon davor waren, als wir nicht weitergeritten sind, ne? Mhm. Naja, kommt vor, kennt ihr auch noch nix hier. Ich finde die Geräusche gut, dieses kleine, so, wenn du über diesen Schotter läufst, hier, ne? Dieses Geklacker, so. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Doch, ich denke, man kann irgendwie wahrscheinlich rein hier. Dann irgendwann. Also, irgendwie so. Das geht nämlich dann noch höher. Ja, ich denke mal, dass wir auch höher müssen. Vermute ich mal. Ne? Ne? Das war ja auf dem Berg über den... Gut, ich denke mal, wir können. Oder was ich mir jetzt auch dachte eigentlich, aber das wäre eigentlich bloß nicht, dass man irgendwie hochreiten muss und dann nur so rüberfliegen muss. Wo ist denn das? Ich schätze das da vorhin bis hier. Ich sehe da schon gar nicht mehr, wo du. Hm. Hm. Ja, mal hier. Hm. Guck mal, hier ist ein Questgeber hier. Ich glaube, hier ist es. Stumm geschmiedete Greifen Hakenwerfer. Greifen Hakenwerfer. Siehste? Hm. Ha! Kann man ja nicht wissen. Hm? Oh, guck mal, da ist das Ding. Siehst du? Wie ich nicht gesagt habe. Aber gut, deswegen soll einer mitdenken. Oh. Cool. Ach, wir müssen das ja verteidigen, so war das, ne? Okay, ja. Oh, das war nicht so clever von mir, was. Ich kann aber nicht anspielen. Autsch. Aber das ist auch ein Klassiker, ne? Mit diesen Verteidigungs- Weißt du, an was mich das erinnert? Du Wallstar. Ja, stimmt. Ständig mit dem Quatsch da. Verteidig dies, verteidig jenes, halte durch. Ja, ja, stimmt. Ich hab schon wieder die Blüteleiste und... Kommt noch welche? Oh, komm mal, ist das ja noch. Stimmt. Da kommt, ne, jetzt kommt einer rübergeflogen. Wuh, wir sind direkt mit mir. Er geht in die falsche Richtung. Und ich wahrscheinlich mal wunderbar aus. Ist immer noch Laune rumzufladdern, ne? Oh, der holt ja einfach ab jetzt. Okay, er fliegt nach vorne. Na denn. Ach, der ist jetzt da, wo wir eben gerade die Haken entgegengenommen haben. Was ist was? Hm. Ach, Belohnung werden. Oh, ja, das kommt doch nix. Nimm ich gut die Stiefel, denn... Ich meine, sie sind niedrigstuchig egal. Oh, meine sind jetzt lila. Ich hab Epix. Uh. Ach so, ist dir was aufgefallen mit diesem Anhänger? Eigentlich nicht, ne? Nee. Sucht nach Harry in der Nähe von Agamars Kammer. Ach, was ich letztens probieren wollte, war ja... Es ist ein Anhänger.